Einen Aufguss zum besonderen Event machen, das schafft das Galaxy mit einem neuen Saunaritual. Raik Baumgart befindet sich zurzeit in der Ausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe. Teil seiner Ausbildung ist neben den üblichen Aufgaben eines Freizeitbadangestellten, das Erlernen bestimmter Wedeltechniken. Bevor das Eventwedeln jedoch starten kann, gibt es einige Vorbereitungen zu treffen. Spezielle ätherische Öle mit verschiedenen Düften werden mit Wasser im Aufgusseimer vermischt. Damit ein Aufguss aber zum Event wird, muss zunächst ein stimmiges Konzept entwickelt werden. Zum Eventaufguss ist hauptsächlich erstmal das Thema Musik zu finden und dazu ein passendes Thema zu finden vor allen Dingen. Wir haben uns jetzt zur Weihnachtszeit Gedanken gemacht und wir machen jetzt die Märchenhafte Weihnacht und dazu die verschiedene Musikeinspielungen, zum Beispiel die fabelhafte Amelie oder das Thema Eiskündigen ist gerade bei uns so, oder bei mir zumindest gerade so in der Planung gewesen. Ist das Thema gefunden, erwartet die Saunagäste ein Highlight für die Sinne. Nach einem Aufguss mit Orangen- und Minzaroma verteilt Raik Baumgart mit verschiedenen Wedel- und Verwirbelungstechniken die heiße Luft mit Fächern im Raum. Dazu laden sanfte Melodien zum Träumen und Genießen ein. Ab nächstem Jahr werden die Saunanächte mit dem Eventwedeln zum regelmäßigen Programmpunkt im Galaxy. Was mir jeden Tag absolut Spaß macht, ist vor allen Dingen der Umgang mit den Menschen oder vor allen Dingen irgendwelche Kurse durchzuführen, zum Beispiel Kinderschwimmen oder Aquaschwimmen und gleichzeitig auch im Saunabetrieb natürlich die Eventaufgüsse teilweise zurzeit mit zu planen und auch die Aufgüsse mehr oder weniger durchzuführen. Das ist eigentlich so mein Schwerpunkt und ich denke, das macht mir richtig viel Spaß und das möchte ich auch gerne in der Zukunft weiterhin machen. Bei duftenden Aufgüssen mit ätherischen Ölen, dezenten Lichtspielen und Ruhemöglichkeiten am Kamin stellen sich schnell Erholung und Entspannung ein. So wird der Besuch in den Saunen des Galaxy zum Erlebnis der besonderen Art.